einen wunderschönen guten morgen wünschen wir euch und damit herzlich willkommen zu einem neuen video von uns und dieses mal geht es nicht um reisen nicht um tipps und tricks oder irgendwelche tollen ausflüge heute geht es tatsächlich mal um eine produktvorstellung einige werden sicherlich denken oh mein gott jetzt machen machen die auch schon werbung und so weiter und in diesem sinne direkt vorweg ja es ist bezahlte werbung man muss das natürlich sagen wenn man dann das produkt behalten kann oder ähnliche geschichten noch mal das ist dann jetzt tatsächlich bezahlte werbung nichtsdestotrotz möchte ich euch wirklich dieses produkt vorstellen also auch wir wurden angeschrieben ob wir interesse hätten und so weiter und so fort dann haben wir uns intensiv mit diesem produkt auseinander gefasst wir haben es gelesen und uns verschiedene meinungen eingeholt und ja aufgrund dessen haben wir gesagt okay klar das stellen wir halt mal vor warum eigentlich nicht wenn es denn wirklich ein brauchbares produktes und ja ich packe es einfach direkt aus ich habe es vorher noch nicht ausgepackt ich kenne es wie gesagt nur digital jetzt wurde es geliefert und wir schauen uns das mal an es geht wohl um ein gerät welches mücken abwehrt und zeitgleich ja zeitgleich als super beleuchtung dient mit verschiedenen modi und das gucken uns einfach mal ja das gucken uns einfach direkt mal gemeinsam an ich zeige euch das jetzt ich habe es noch nicht vorher getestet das sage ich auch ganz klar weil wenn man gerät gegen gegen mücken und so weiter zum testen ist ja gar nicht so einfach erst mal braucht man mücken und das passende wetter dazu das haben wir seit einigen tagen nicht wir sind aktuell an der küste das sehr windig und es gibt keine mücken aber ich sage mal so die technische erklärung zu dem gerät wir gelesen haben erschienen uns wirklich so als könnte dies funktionieren aber als allererstes schauen wir uns das mal an flex till 165 grad so steht sie auf der verpackung die verpackung an sich muss ich ganz ehrlich sagen die macht erstmal einen sehr hochwertigen eindruck made in china es gibt viele produkte es riecht nicht das kann ich direkt sagen sonst wäre mir das sofort aufgefallen das ist ein hard case wie so ein koffer mit reißverschluss und das schon mal ich bin selber selber neugierig es ist ja es ist nicht so sehr leicht also es scheint auch massiv zu sein und ja ich muss tatsächlich sagen es macht einen sehr stabilen eindruck ich zeige das mal ungeöffnet ist das erste mal so sieht es dann in der verpackung aus gesichert mit einem gummi und das kabel deutet wohl darauf hin dass es aufladbar ist usbc praktisch fast alle geräte haben heutzutage usbc somit ist es ein wieder aufladbares gerät ok hier haben wir direkt die bedienungsanleitung ja die ist der größe angepasst die könnte gern etwas größer sein demzufolge ist die schrift sehr klein ich kann es ganz gut lesen glaube ich zumindest werden wir gleich sehen und ja hier ist das gerät 165 grad flex t ja das stellen wir erstmal beiseite und schauen uns die bedienungsanleitung an die bedienungsanleitung ist relativ übersichtlich gestaltet erst in betriebnahme sprachlich fangen wir an mit englisch und tatsächlich gibt es auch die bedienungsanleitung auf deutsch zumindest die warnhinweise sehe ich auf deutsch anleitung fehler suche garantiebestimmungen garantiebestimmungen ok die gibt es auf deutsch aber die im betriebnahme beziehungsweise die erklärung ist in englisch aber es ist wirklich selbst erklärend ja das geht los ja ich schaue es mir an und versuche halt direkt nachzumachen als allererstes was ich erkennen kann gibt es einen beleuchtungsmodus und zwar in drei verschiedenen stärken der wohl verschiedene radien kreisförmig dann ausleuchtet wir haben dann hier quasi 22 so taster die sind die sind gummiert also es scheint es scheint wirklich sehr sehr robust auch zu sein und ich probiere es einfach aus ja wir aktivieren das durch doppelklick das hat funktioniert so steht auch in der bedienungsanleitung dann haben wir die erste leuchtstufe dann schauen wir mal noch mal klicken die zweite leuchtstufe und durch drittes klicken die dritte ich muss schon sagen ist sehr hell also das ist definitiv super autor geeignet und mit dem akku super praktisch ich hoffe man kann es ich hoffe man kann sehen man hat hier wahrscheinlich blende zu stark man hat auch hier eine akku anzeige das ist natürlich super praktisch man weiß dann halt wann man das gerät wieder laden muss jetzt habe ich noch mal geklickt ok dann hat sich verringert es ist die erste stufe und wahrscheinlich durch nochmaliges klicken ist es aus genau also wenn er dann dunkler geht es ist wie wie ein leichtes dimmen ja hier unten im unteren teil das scheint mir dann der große akku zu sein das ist auch das ist auch glas ist kein kunststoff und was mir direkt auffällt das ist natürlich richtig super man hat hier unten standard gewinde für stative und so weiter und so fort und das probiere ich direkt aus ja zufällig habe ich hier noch unseren selfie stock zu liegen ganz ehrlich der liegt hier noch vor mir rum und versuche ich mal dass das gerät dort zu montieren und wir werden gleich sehen ob das passt aber ich merke super das zusätzlichen magnet drin das ist ja dann interessant für ja ich sag mal für angler zum beispiel am zelt oder irgendwo viele stangen sind durchaus magnetisch irgendwelche angehalterung etc aber das hat dann direkt gemerkt dass ziemlich stark magnetisch nicht schlecht und ja tatsächlich standard gewinde man kann es dann aufschrauben ja und mit stativ dann platzieren und wenn man dann die lampe entscheidet mit dem stativ noch höhenverstellbar ist es sicherlich ideal oder aber selbst als tischlampe das mit der tischlampe das werde ich heute abend im dunkeln ausprobieren wenn die auf dem tisch steht im schwachen modus wenn man abends draußen sitzt und nebenbei werden mücken abgewehrt ganz ehrlich ich glaube das ist schon eine ganz tolle geschichte ok das zum thema beleuchtung ja praktisch auch noch ein haken dran ja also man könnte das auch total super in ein zelt hängen oder wenn man ein pavillon hat in die mitte reingehangen und dann hat man eine super handliche sehr helle lampe die mücken abwert und auch noch in jede hosentasche passt das gefällt mir besonders besonders gut muss ich ganz ehrlich sagen prima jetzt werden wir als allererstes mal schluck kaffee trinken das muss natürlich sein und schauen uns dann an wie das mit diesem mit dieser mücken abwehr funktioniert ok ok da gibt es gibt es einsätze die an der seite rein geschoben werden dann muss es hier noch was geben in dem karton ja tatsächlich wir sind zwei so verpackung noch drin mosquito repellent so heißt die geschichte da sind zehn stück drin so schaut es aus ja und hier hinten auch die zusammensetzung von dem mittel ich bin ziemlich überzeugt dass das tatsächlich auch funktioniert wir werden es mal öffnen ich habe es noch nie vorher probiert und getestet jetzt bin ich gespannt ob sie hoffentlich einzeln verpackt ist ja man kann es wieder verschließen wie bei so vakuumbeuteln ist so ähnlich so ähnliches prinzip und dann haben wir hier drin eine 10er packung von solchen pets und ich werde einfach mal eins auspacken und dann schauen wir mal okay man kann es aufreißen so rosa sehen die aus und man soll sie dann ah ja ok alles klar hier ist ein heizelement drin ja hier sind heizelement drin man soll den seitlich reinschieben es steht nicht da von welcher seite also nehme ich halt irgendeine seite ok das ist praktisch es verschwindet quasi komplett hier drin ok wenn es verbraucht ist kann man es mit dem nächsten wieder raus schieben so dann ist es ähnlich wie beim licht wohl mit einem doppelklick zum aktivieren dass das test sich direkt aus mal sehen was passiert und ob was zu sehen ist naja es leuchtet direkt grün ist sicherlich gut zu erkennen und man kann auch auf der anderen seite sehen dass dass irgendwas im gerät selber auch glüht würde ich mal behaupten ok so double klick to start das haben wir getan durch pressigen mode switching das heißt wenn man dann erneut drückt dann kannst du den modus ändern sicherlich unterschiedliche intensität wir versuchen das einfach ich drücke noch einmal drauf ja ja genau also der punkt ist ich erkenne zwei stufen rein formen vom technischen her doppelklicken aktiviert dann leuchtet das grün das wird wahrscheinlich ein schwacher modus sein wenn es eventuell windstill ist dass es nicht so stark verdunsten muss und durch erneutes drücken wird es gelb liegt das ist das sicherlich eine mittelste stufe und durch noch maliges drücken zu rot und da sicherlich die stärkste stufe wo dieses wo dieses mittel dann hier fair verdunstet will ich es mal nennen oder verdampft halt ja ja das macht alles in allem erstmal recht passablen eindruck ich muss noch mal sagen mit diesen mit dieser mücken geschichte ja wir haben sie schon ein paar tage das paket bei uns im wohnmobil und wir konnten wettertechnisch leider nicht testen ich werde aber folgendes tun wir werden das interessant das muss ich noch mal noch mal zeigen die led geht dann irgendwann aus und der modus läuft im hintergrund weiter und es ist fast wie pulsierend also es ist wird kurz schwächer dann wird es mal wieder wärmer oder heller und ich behaupte mal wenn die temperatur erreicht ist dann ja um akku zu sparen ja dann geht die geht der strom kurz aus und dann geht der strom wieder an es ist erst mal doch oh ja man riecht man riecht man riecht schon also wenn ich mücke wäre ich würde abhauen bin ich ganz ehrlich es ist nicht lästig das wird interessant es wird wirklich es wird wirklich interessant wenn es dann hoffentlich noch mal ein paar mücken gibt aber was ich eben sagen wollte wir werden das probieren intensiv testen und wenn wir da neue erfahrungen haben neue erkenntnisse dass die die mücken beim nachbarn bleiben wir schreiben das dann direkt in die kommentare erst mal grundlegend das produkt macht in allem ein wunderbaren eindruck es ist sehr hochwertig stabil gebaut es hat einen akku von der akkulaufzeit kann ich erst mal nichts erkennen es hat eine 10 watt leistung wird über usbc geladen moment kapazität 17,76 wattstunden 3,7 4800 milliampere stunden ist der akku und wir haben lichtintensität ja genau das steht ja geschrieben wir haben einmal 50 lumen einmal 200 lumen und einmal 400 lumen das ist für so eine kleine lampe finde ich schon recht ordentlich die ist ja nun wirklich sehr handlich jetzt vergleich mal telefon also das ja das ist ziemlich genauso groß wie wie so ein telefon und sehr handlich und praktisch sich mal in die tasche zu stecken es ist natürlich klar wenn ihr was verdunstet durch ein durch ein heizelement in die hosentasche stecken ist dann sicherlich ungünstig es sollte schon dann ausgeschaltet sein und erst dann kann man es in die in die in die tasche stecken ja sonst wird es natürlich gefährlich der hersteller sagt doch ganz klar sicherheitsaspekt sollte irgendwas zu warm werden ausschalten eine ganz klare sache das würde man mit jedem gerät so tun eins will ich jetzt noch probieren ich möchte nur ungern da ein neues pad dazu öffnen aber ich versuche es einfach mit dem kugelschreiber jetzt steckt das pad ja komplett hier drin ja dann wieder herauszuschieben aber da ist der kugelschreiber tatsächlich zu dick das geht nicht ich nehme es einfach wirklich alternativ das usb c kabel einfach nur um so ein pad zu sparen wenn die ausgepackt sind dann trocknen die sicherlich aus und das wäre schade drum ja also man möchte das ja auch nutzen und tatsächlich mit dem usb c geht es genauso kann man dieses pad wieder entfernen ja das gefällt mir wirklich gut bin ich ganz ehrlich man hat auch zwei verschiedene einschübe und es ist komplett verschwunden ja viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen wir finden es toll auf der webseite haben wir noch gesehen das gibt es ich glaube zwei verschiedenen farben wir werden den link genau von diesem produkt natürlich jetzt in die video beschreibung packen die die webseite von dem hersteller oder von dem anbieter natürlich auch und ich bin wirklich gespannt was ihr dazu sagt wir hoffen auf sehr positives wenn euch das gefallen hat dann gerne irgendwas in die kommentare schreiben wenn ihr irgendwelche infos noch haben wollt kein problem wir versuchen wirklich immer alles sehr schnell zu beantworten es würde uns absolut freuen wenn ihr den daumen nach oben da lasst der ein oder andere vielleicht ein neues abo uns schenkt das würde uns ja sehr glücklich machen das macht spaß dann merkt man halt ja ob es gut ist was man macht und was man nicht macht und wer sagt hör auf jetzt hier produkte vorzustellen ist auch okay damit kann ich damit kann ich um ich bin persönlich oder meine meinung war ich würde das ganz gern mal ausprobieren so ein produkt vorzustellen das ist damit passiert das ist allererste mal und das soll es doch schon gewesen sein in diesem sinne flex tail 165 grad das produkt ist vorgestellt ich finde es sehr hochwertig der link geht in die beschreibung und vielleicht bis zum nächsten mal alles gute tschüss so wir haben tatsächlich die location und zwar sind wir auf einem platz gefahren wo es tatsächlich mücken gibt da wir ihn kennen und es ist dunkel genug und wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten wie das produkt bei dunkelheit wirkt und rüberkommt und da fangen wir am besten mit der beleuchtung an jetzt wird es gleich kurz dunkel wir sind am grillen das kann man eventuell sehen ich habe die die lampe auf ein stativ gestellt auf ein selfiestock stativ und wir fangen an mit stufe 1 das wäre die stufe 1 auf stufe 1 sind 40 lumen und erhält 50 lumen oder 40 50 oder 40 lumen und erhält 40 genau 50 lumen und daher hält sie 40 stunden in stufe 1 also wenn das im zelt denkt 40 stunden ist meine ansage auf der stufe 2 deutlich heller da haben wir 200 lumen und die hält 20 stunden genau und jetzt kommt noch die stufe 3 die natürlich hält stufe und da hält sie dann zehn stunden meine ich ich glaube auf stufe 3 waren es zehn stunden ich muss sagen es ist wirklich enorm hell ihr könnt gut sehen das grill gut ist bei dunkelheit verdammt gut zu erkennen und ich mache jetzt einfach mal folgendes ich stelle sie einfach mal ja einfach mal auf freie fläche und gehe einfach mal ein paar meter weg dass man sich vielleicht so ein bild machen kann wie sie wie sie leuchtet das ist auch das auch rund ist natürlich ist eine runde lampe somit leuchtet sie auch rund aus gut wir haben heute sternklaren himmel der sonnenuntergang ist gerade so eine stunde vorbei vielleicht kann man es auch noch mal so vors wohnmobil stellen dass man das erkennen kann als es beeindruckend ich finde es sehr beeindruckend wie diese sehr handlich und kleine lampe alles ausleuchtet jetzt werden wir die lampe noch demontieren und einfach mal als tisch leuchte es ist eine weile dunkel kleinen moment dann stellen wir sie auf den tisch in der stufe 1 als tischlampe auf den tisch hier haben die stufe 1 und jetzt steht sie als tischlampe auf den tisch auf dem tisch und ich muss sagen ja das schon das gemütlich auf jeden fall selbst zum karten spielen würde das funktionieren stufe 2 das schon das schon gut hell und die stufe 3 auf dem tisch die ist überhaupt gar nicht erforderlich somit haben wir das getestet wir haben auch getestet die mückenabwehr also eins kann ich ganz klar sagen ich drehe es jetzt mal rum dass man mich vielleicht ein bisschen sieht eins können ganz klar sagen auf diesem platz wo wir gerade sind gibt es mücken das wäre nicht das erste mal und ja wir haben die maximalstufe an von dieser mückenabwehr und ich muss sagen es sind keine mücken da es sind keine fliegen da in diesem sinne denke ich das funktioniert also ich hatte flash funktion muss ich gerade feststellen das hatte ich heute noch gar nicht erzählt da bin ich tatsächlich gerade überfragt ich habe sie deaktiviert stufe 1 zweiter mal stufe 2 dritter mal stufe 3 einmal drücken und ich glaube dann nach stufe 3 beginnt die flash funktion sie dimmt sich und ok das ist ja wie so ein wahren wie so ein wahren licht ja gar nicht so gar nicht so schlecht ja auf jeden fall die mückenabwehr funktioniert diesen geruch von diesem verdunsteten mittel in diesen pads irgendwie kenne ich das von 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 anderen verdampfern das ist ein bekanntes mittel glaube ich und somit funktioniert es wir können sagen es funktioniert ich sage aber auch ganz ehrlich einen hundertprozentigen schutz hat man wahrscheinlich nie und vor nichts dann noch ein zweites mal tschüss und wenn es euch gefallen hat dann diesen vielen dank bis zum nächsten mal tschüss